Hallen und jetzt kommt eine neue Verfolgungsprozesse mit für Rönnen die Rüdischen und wenn die mich mal ja vorbeilassen würden es ist anscheinend doch so dass sie der Weg ist ich habe mir mal gedacht Karte nutzen ist auch manchmal ganz geil manchmal ist es echt ganz nützlich dann soll das anscheinend bis hier hinten gehen und wo geht's weiter ach so legit legit so das das enkelt natürlich sind schäure tut mir leid ich würde mich ach komm was oh habe ich die nicht getroffen ich dachte schon Tunde das gerade so die die hier sind da geht's da geht's es ist dahinter wird wort was das ist die Quelle die Quelle des Unheils ja ja die unheilbare Quelle des Unheils so so ähm hey sieh mal eine Höhle was da wohl drin ist das hast du ein bisschen spät gemerkt wie Naros was Vulpins Tagbuch aha 28. Sonnenuntergang 4. Ära 200 meine Folgenzeit ist noch nicht gestartet ich habe jetzt erst die Stoppe gemacht ich habe in den Regalen des Pfandhauses ein interessantes Buch mit Kurzgeschichten gefunden es dürfte den Besitzer kaum stören wenn ich es mir nehme ich sollte wirklich mehr Arbeit an den Docks verbringen diese Altmeer sind zu dünnblütig mit meinem Geschmack jedenfalls handelt es sich bei den Geschichten des Buches um eine Beschreibung der Blutquellen von Leng Gaias Gelage eine sagenumwurmene Quelle vampirischer Macht ich habe bereits mehrere Versionen dieser Geschichte gelesen doch diese Variante legt die Vermutung nahe dass die Quelle in Himmelsrand zu finden sein könnte in einer Ruine die während eines Bebens in der zweiten Ära verschüttet wurde da meine Angelegenheiten mit Inquisitor Amolmeyer hier nun sagen wir einmal erledigt sind wäre dies vielleicht ein guter Zeitpunkt Somerset für die nächsten 20 bis 30 Jahre zu verlassen um einen lohnenswerten Zeitvertreib nachzugehen vielleicht sollte ich mich auf die Suche nach dieser sagenumwurmenden Blutquelle machen 2. Morgenstern 4. Ära 201 Ich konnte per Schiff von Alenor nach Einsamkeit reisen in den Wirren des Nordaufstands ist das eine reife Leistung das kann ich euch versichern in der örtlichen Taverne begebnete mir eine der meinen und zunächst fürchtete ich dass dieses Aufeinandertreffen könnte mir Ärger breiten wie sich jedoch herausstellte genießt sie hier in dieser Stadt einiges ansehen sie möchte mir gerne helfen solange ich mich anständig verhalte wir sprachen oft über meine Nachforschung zur Blutquelle und ob schon sie immer wieder deutlich machte dass sie mein Projekt für ein schwachsinniges Unterfangen hielt verriet sie mir das alles was sie bisher über die Quelle gehört habe auf Rift hindeutete 5. Erste Saat 4. Ära 201 Nach Monaten vergeblichen Suchens habe ich womöglich eine Spur gefunden als ich im Gasthaus Wilhemir nach Anregung für das Abendessen suchte hörte ich wie ein alter Einsiedler namens Jokul über einen Ort sprach an dem er merkwürdiges rotes Wasser aus dem Boden sprudeln sah wenn ich mich dieses Soldaten entledigt habe werde ich ihm folgen um diesen Ort zu finden 13. Erste Saat 4. Ära 201 Ich kann nicht glauben dass ich es erst jetzt bemerkt habe Jokul bringt schon die ganze Woche einsamerweise Geröll und Erde aus seinem Haus als mir klar wurde dass er in Keller gräbt schlich ich mich hinein er war auf ein Höhlensystem gestoßen dass sich die Blutquelle im Laufe der Jahre gebahnt haben muss es war in dem trüben Licht selbst mit meinem Auge nicht leicht zu erkennen aber ich könne schwören dass das Wasser auf dem Boden rot war leider wachte er auf als ich gerade den Keller untersuche und als ich ihn tötete fiel seine Fackel auf mein Pelz wieder ein Rückschlag 4. Regenand 4. Ära 201 Die Tunnel die ich zunächst fand führten durch zu viel Stein und Erde doch ich konnte mich mit einigen der Einheimischen anfreunden und so gelang es uns den Ursprung der Blutquelle zu finden wir verhalten uns so unauffällig wie möglich um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen im Augenblick ergreifen sie nur Jäger und Haderlumpen an aber wenn wir länger hier bleiben werde ich eine griffbereite Nahrungsquelle einrichten müssen damit man nicht auf uns aufmerksam wird die Blutquelle entspricht nicht ganz dem was ich mir erhofft hatte ihr entspricht springt zwar tatsächlich Blut das auch große Kraft verleiht aber es taugt nicht als Nahrung da die Wirkung nur kurze Zeit anhält ist sie verflogen lässt sie nur einen geschwächten Körper und Geist zurück ich musste die Tür zu dem Raum verschließen um zu verhindern dass die anderen vollkommen abhängig werden meine Tests mit Sterblichen waren sogar noch frustrierender sie kommen nicht in den Genuss der Vorteile sondern wären lediglich krank und süchtig Sucht vielleicht habe ich gerade die Lösung für unser Nahrungsproblem gefunden oh ja damit kann man auch gut Nahrungsprobleme lösen tatsächlich oder Geldprobleme warum trinkt ihr da nicht einfach das Blut aus der Quelle das wäre sicherlich ein und so war es das mit dem Gespräch oh na dann Aja 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 echt ne aja hu Leute mach doch mal aja 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 wie er die Trescher Doch Was? Echtes Blut ist männlich Oh mein Gott War das knapp Das war echt knapp Oh Ich muss nicht Carefull sein Ich stand nicht im Benzin Ich hab's nur angezündet Aber wenn du zu schlecht bist Um auszuweichen Oh Gold Cool Da kann ich ja auch nichts für Dieser Kerl bringt mich echt Um den Verstand Ach ihr macht das schon Äh 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 Der Niedergang Keine Ahnung ob ich das schon hab Äh Feierassistenz Nö So gehen wir mal die Treppe runter Würde ich sagen Da sind bestimmt nette Freunde Äh Hoffe ich jetzt Oh Diebige Heilung Cool Na toll Aua 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 Ach dann kommen die auch noch da Und gehen den Ding an Krass Ooooo Boop Na ja okay das ist des Problems So, äh, Kerzenschein. Jetzt frage ich mich, was mir dieser Raum bringt, außer tot. Leute, wenn ihr mich einmal durchlassen würdet. Wenigstens ist die Geräuschkulisse angenehm. Äh, angenehm. Äh, na, irgendwo lang. Muss wahrscheinlich oben sein, ne? Frage jetzt, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Hier ist eine Treppe, das ist gut. Ah, hier ist sogar eine Treppe, die rennenrichtigen Weg wird. Ah. Ich suche immer noch nach dem Schalter. Oh, falsche Taster. Ich weiß nicht, wie das Ding hier nämlich aufgeht. Das ist ein Problem. Das sieht so aus, wie so ein Knopperbar ist es ja nicht. Ähm. Das kann man nicht einfach einen Knopf machen, wo dran steht. Ja, wir öffnen die Tür für sie. Wir machen den Weg frei. ganz simpel. Aber nein. Muss ja kompliziert sein, dass die Leute keine Lust haben. Und du siehst ja auch immer hier gar nichts. Gar nichts meine ich echt gar nichts. Das ist ein Mioll gewesen wahrscheinlich, ne? Das ist so nervig, ne? Jedes einzelne fucking Mal aufs Neue. Hier sind keine beschissenen Schalter. Womit ich irgendwas anfangen könnte. Das ist doch kacke, ist das doch. Oh, Leute. Vorsichtig. Vorsichtig? Willst du dich verarschen? Vorsichtig? Wollt ihr nur eine kleine Huhe, ne? Richtige Huhe ist das. Leute. Mit diesen Psychogeräuschen hier, ne? Äh, so, Gold. Das ist nur ein beschädigtes Boom. Eine Truhe. Bobaou, hier, wo es sich wird. Au. Wie er kann Schalter, gar nichts. Ja, das scheint wenigstens den Schalter zu öffnen. Okay. Das ist jetzt zumindest etwas. Ach, das öffnet die gleich alle. Oder wie? Verstehe ich das? Ich speichere erstmal. Ah. Oh. Ah. Interessant. Ja. Da hast du recht. Ach, komm. Da denkt sich auch gerade, scheiße. Leute. Glaubt ihr wirklich, dass ihr Chancen gegen mich habt? Versucht es doch gar nicht erst. Also, ich versuche ja immer nett zu sein, ne? Aber so ging die die. Da denke ich mir auch nur so, ja, ich kriege ja gar nichts zurück. Keine Liebe. Keine Ehre. Nichts. Aha. Da werden wir hier Menschenfleisch Menschenherz. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, was? Was ist denn hier? Oh, hier ist gar nichts. Oh. Papa. Aha. Ist nichts zu gebrauchen. Wir gehen da einmal. Ja. Oh mein Gott. Das war einer mit Namen. Also, das heißt, in der Regel gehe ich mal davon aus, dass sie sogar stärker sind. Puh. Nein, die Waffen haben es drauf, würde ich sagen. Oh, scheiße. Das ist eine Mega-Rüstung, was die haben. Oh, ein Saphir. Das ist eine große 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 Seenstelle. Oh, wen hat der Forschung? 19. 2. Saat. 4. Ära 201. Dank der eher zwielichtigen Vergangenheit Rotwass. 5. Tumor. Falls einem unserer Kunden das Wasser in einen der Ecken auffallen sollte. In den an die Quellen angrenzenden Räume die Rätsel um den Ursprung der Quelle lösen. In der ersten Ära war sie eine heilige Quelle von Arkai und unterlag der Obhut des Priesters Lengaya. Ich überspringe viele der Einzelheiten, die für meine Schule unwichtig sind. Mir scheint, wurde die Frau der Liebte von einem Vampir gebissen und dabei verwandelt. Schließlich verwandelte sie auch ihn. Sie machten Jagd auf die anderen Priester und töteten sie, als sie, in der Quelle zusammengekauert, um Arkai-Schutz beteten. Und als wir der letzten Priesterin rücken brachen, die Eingeweide in den Blutsteinkelch. Rotes Wasser fließen bis in alle Ewigkeit. Vielleicht ist dieser Blutsteinkelch ja die Antwort. 18. Sonnenhöhle 4. Ära 201. Wochenlange Nachforschungen und noch immer keine Ergebnisse. Vieles deutet darauf hin, dass der Blutsteinkelch der Schlüssel zur Erschließung der Macht der Quelle ist. Es steht ihr fest, dass er irgendwann aus der Ruine entfernt wurde. Ich habe eine Illustration gefunden. Die ich auch hier nachzeichnen versuchte. Über den derzeitigen Verbleib des Kirchs gibt es hier aber leider keinen weiteren Aufschluss. Ein Bild. Äh, das Ding nehme ich mal mit. Was? Was? Ah, okay. Eine Kiste. Kisten sind immer gut. Hier, das sage ich doch. Äh, ein Häuflein Elend. Äh, muss ich da noch? Scheint nicht so. Ach, oh, da noch muss ich. Ach, das ist natürlich... Äh, ja. Okay. Okay. Oh. Oh. Nicht schlecht, meine Herren. Ja, das denke ich mir auch so. Blutquelle. Ja, ich kann da nicht trinken. Ah, okay. Wirklich zu schade, wisst ihr. Mit dem kleinen Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, ja. Zu schade. Fürst Harkons neuer Lieblingsstaat. Bist ihr sicher? Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um Vingalmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Achso. Wartet mal. Was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten. Ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Ähm. Vingalmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ordjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Ja. Hier drüben. Oh, oh. Heieiei. Oh mein Gott. Äh, ich brauche ein bisschen Licht hier. Wieso wüsste ich, dass sowas passiert? Oh, hi. Oh. Boah, es ist mit dem Schwert jetzt nicht so das Problem. Äh. Oh, wein. Hast du wohl Wasser getrunken, oder was? Hi. Ach, Leute. Wird es wirklich... Fülle den Kelch mit Vampir. Wenn ihr mich mal ranlasst, dann ja. Äh. Ich hab' gar nichts getan. Hier unten finden wir bestimmt einige Schätze. Vielleicht ist das Blut der Alten, zugefügt warst. Was? Er hat sich über den Tag an Meikern von deinem Opferdienst zu unterhalten. Hier machen wir Cut. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Wuh. 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 Vielen Dank.